Das deutsche Alphabet Hallo, mein Name ist Melanie und heute möchte ich euch das deutsche Alphabet erklären. Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Buchstaben. Ich werde euch jeden Buchstaben zeigen und Beispiele nennen. Fangen wir mit dem ersten Buchstaben an. A A A, wie Ampel A, wie Ampel Die Ampel ist grün. Ich muss an der roten Ampel anhalten. B B B, wie Butter B, wie Butter Die Butter schmeckt gut. Ich esse gerne Brot mit Butter. C C C, wie Computer C, wie Computer Auf meinem Computer ist ein Virus. Ich schließe eine Maus an meinen Computer an. D D D D, wie Dose D, wie Dose Ich kaufe mir eine Dose Cola. Es gibt Dosen in verschiedenen Größen. E E E E, wie Essen Was gibt es heute Mittag zu essen? Essen und Trinken sind lebenswichtig. F F F F F, wie Farbe F, wie Farbe Welche Farbe hat dein Auto? Blau ist eine schöne Farbe. G G G G G, wie Gabel G, wie Gabel Auf dem Tisch liegen Messer und Gabel. Warum ist die Gabel Silber? H H H H H Wie Han H Wie Han Der Hahn kräht früh am Morgen. Warum hat der Hahn einen Kamm? I I I I, wie Insel I, wie Insel Wärst du gerne auf einer einsamen Insel? Kreta ist eine griechische Insel. J J J J, wie Japan J, wie Japan Die Hauptstadt von Japan ist Tokio. Japan ist eine Inselkette im Pazifik. K K K K, wie Kühlschrank K, wie Kühlschrank Ich lege das Essen in den Kühlschrank. Brennt im Kühlschrank immer Licht? L L L L, wie Laterne L, wie Laterne L, wie Laterne In meiner Laterne brennt eine Kerze. Die Laterne leuchtet im Dunkeln. M M M M M, wie Mutter M, wie Mutter Meine Mutter hat drei Kinder. Wo arbeitet deine Mutter? N N N N, wie Mebel N, wie Mebel Nebel Im Herbst ist meistens Nebel über den Feldern. Im Nebel kann man sich verlaufen. O O O, wie Obst 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 ist gesund und hat viele Vitamine. Warum ist Obst und Gemüse so gesund? P P P P, wie Paris P, wie Paris P, wie Paris Der Eiffelturm steht in Paris. Paris ist die Stadt der Liebe. Kuh 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 Kuh, wie Qualle Kuh, wie Qualle Die Qualle lebt im Meer. Können Quallen giftig sein? Er 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 Er, wie Rasenmäher Er, wie Rasenmäher Der Rasenmäher mäht den Rasen. Unser Rasenmäher hat einen Benzinmotor. Es 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 Es, wie Suppe Es, wie Suppe Es, wie Suppe Da ist ein Haar in deiner Suppe T T T T T, wie Telefon T, wie Telefon Früher hatte das Telefon eine Wählscheibe Das Telefon klingelt, wenn jemand anruft. U U U U, wie Uhr U, wie Uhr Ich glaube, deine Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr zeigt die Uhrzeit an. V V V V, wie Vogel V, wie Vogel Der Vogel sitzt auf einem Ast. Ein Vogel ist gegen mein Fenster geflogen. V V V V V, wie Wetter V, wie Wetter Heute ist das Wetter aber schlecht. Wie wird das Wetter am Wochenende? X X X X, wie X-Box X, wie X-Box Die X-Box ist eine Spielkonsole. Man kann die X-Box direkt an den Fernseher anschließen. Y Y Y Y Y Wie Yacht Y Wie Yacht Die Yacht liegt im Hafen. Y Wir leben schon vier Wochen auf unserer Yacht. Z Z Z, wie Zeitung Z, wie Zeitung In der Zeitung steht nicht immer die Wahrheit. Die Mehrzahl von Zeitung ist Zeitungen. Das waren alle Buchstaben des deutschen Alphabets. Hier nochmal eine Übersicht. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ich hoffe das Video hat Ihnen gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Drücken Sie bitte die Glocke, damit Sie kein Video von mir verpassen. Bitte, Sie können die Gerü SHR-LEDGEWhen f-E-R-L, wie Zeitung ist es Ben. Drücken Sie so, wie Zeitung ist es Ben.